ich habe eine kamera und ihr wisst nicht wie man im manuellen modus fotografiert was ist iso was ist verschlusszeit und was die blende in diesem video will ich erst mal die blende erklären die blende ist dieses ding hier im objektiv man kann es auf oder zu machen wie ihr seht kommt dann weniger licht wenn die blende zu ist und sehr viel licht durch wenn die blende auf ist man begrenzt mit der blende das licht das ist sehr simpel zudem kann man damit auch die tiefenschärfe regulieren wenn die blende auf ist habt ihr ein bild mit viel unschärfe mit viel boki nennt man die unschärfe die schönheit der unschärfe ich sag euch mal dieses bild das bild habe ich mit einer offenen blende fotografiert und wenn ihr zu ist habt ihr weniger und tiefen schärfe tiefen habt ihr mehr tiefen schärfe sorry ihr habt mehr tiefen schärfe wenn die blende zu ist ich sag mal das bild das habe ich mit einer geschlossenen blende fotografiert ok was ihr wissen müsst bei einer kleinen zahl f1.8 f2.0 f4.0 was auch immer ist die blende auf eine große zahl f8 f16 f14 was auch immer bedeutet dass die blende zu ist ok wenn ihr weitere fragen habt könnt ihr sie mir gerne unter den kommentaren stellen bis dann